Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal, heute mal zu einer Coach2Glory. Auf die Idee über aufgekommen bin ich, nachdem ich erfahren habe, dass unsere deutsche Stürmerlegende Miroslav Klose ab dem kommenden Sommer zum allerersten Mal für ihn eine Cheftrainerposition übernehmen wird, nämlich in der österreichischen Bundesliga beim SCR Alltag. Und ähnlich wie bei den Karrieresimulationen wollen wir also im heutigen Video herausfinden, wohin die Trainerkarriere von Miroslav Klose ihn also führen wird. Wir werden also auch diverse Male den Verein wechseln über die Trainerangebote und wer weiß, vielleicht coachen wir am Ende des Videos gemeinsam mit Klose zusammen einen richtigen Top-Club. Und damit starten wir jetzt also rein, gemeinsam mit Miros Klose beim SCR Alltag in Österreich. Ich bin gespannt, wohin uns die Reise führen wird, bevor wir loslegen, Freunde. Vergesst hier nicht den Daumen nach oben da zu lassen, Abo-Glocke um keine weiteren Videos zu verpassen, einen Kommentar für den Algorithmus. Gerne auch mit weiteren Vorschlägen für SDGs, Karrieresimulationen, Karriererettungen und so weiter und so weiter. Like gerne eine Vorschläge hoch und jetzt starten wir rein. Die Mannschaft von Alltag zum Start der Karriere, da kenne ich, um ehrlich zu sein, auch nur ein Spieler draus, ehemaliges Bayern-Top-Talent, in Anführungszeichen Gianluca Gaudino hier auf der 10. Das ist, da würde ich jetzt mal sagen, aktuell so ungefähr die beste Mannschaft, die wir haben im 4-3-3. Mit fast 3 Millionen Euro Transferbudget haben wir jetzt auch nicht die Möglichkeiten, um Bäume rauszureißen. Aber mal gucken, was wir so reißen können. Mein Plan ist es, wahrscheinlich oder vielleicht auch einen Spieler zu haben, den ich zu jedem Club so mäßig mitnehmen kann. Und den müssen wir jetzt wahrscheinlich auch hier bei Alltag holen. Deswegen mal gucken, was wir da so machen können. Ach Junge, wahrscheinlich ist Gaudino sogar nur geliehen, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und unser bester Stürmer ist auch geliehen. Perfekt. Ich hab jetzt mal 4 Kandidaten auf die Transferliste gesetzt, die sind alle über 30. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir auch irgendwie alle verkauft bekommen. Jedoch haben wir jetzt endlich unsere Spieler verkauft bekommen, die 4 Stück an der Zahl. Aber es war ein harter Kampf, lasst es euch gesagt sein. Damit haben wir jetzt also durch die Verkäufe plus das Vorbereitungsturnier, wo wir immerhin bis ins Finale gekommen sind, über 5 Millionen Budget. Und da können wir jetzt also endlich unsere ersten Neuzugänge präsentieren, beziehungsweise Miro Klose präsentierte seine ersten Neuzugänge hier beim SCR Alltag. Er holt unter anderem Luca Oyen vom KRC Gang. Das haben wir 1,95 Millionen und tauschen unseren bisherigen Stammkeeper ein für Gabriel Sloanina. Denk ich mal, wird der ungefähr ausgesprochen von Chicago Fire. Der hat Potenzial, ist nur zwei Gesamtstärken schlechter, aber er hat eben vor allem Potenzial. Und zu guter Letzt ein relativ großes Talent aus Deutschland für die Linksverteidigerposition in der vergangenen Saison. Echt sein Debüt gegeben. Tom Rote holen wir vom BVB. 16 Jahre alt gerade mal. Zu wild. Und damit steht sie jetzt also, die allererste Mannschaft von Miro Klose hier beim SCR Alltag. Wir haben Euren auf dem linken Flügel neu dazu bekommen. Rote in der Linksverteidigung, Sloanina im Tor. Und das war es jetzt auch erstmal an Neuzugängen. Mehr Geld haben wir leider Gottes auch nicht. Unser letztes Geld reinvestiere ich jetzt einfach mal in Vertragsverlängerungen, weil das passiert mir glaube ich viel zu oft, dass so Spieler die Verträge auslaufen, ohne dass ich es merke. In dem Sinne haben wir jetzt also unser Geld in Transfers und in Vertragsverlängerungen gesteckt. Haben jetzt auch nur noch eine Million Euro Budget. Damit werden wir wirklich so gut wie gar nichts anfangen können. Das heißt, wir springen jetzt rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns auch nicht zur Hälfte der Saison wieder. Weil wie gesagt, wir können da eh nichts Großartiges machen. Wir werden jetzt auch keinen Spieler für irgendwie großartig Geld verkaufen. Wir sehen uns direkt zum Ende der ersten Saison. Zum Ende der ersten Saison von Miro Staff Klose als Cheftrainer. Er ist jetzt also am Steuer, nicht mehr Co-Trainer oder so, sondern jetzt gilt's. So Leute, die allererste Saison im Mai 2022. Wir sind angekommen mit Miro Klose und dem SCR Alltag. Ich bin sehr gespannt, wie es lief. Oh, zweiter Platz? Nee, oder nee, nee, das ist ja Österreich. Ah, vergessen, man. Die haben ja Relegation und Meisterschaftsrunde. Ja, das ist dann vielleicht doch nicht so gut. Aber man muss sagen, von den sechs schlechtesten Teams sind wir immerhin die zweitbeste Mannschaft. Also das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Aber gut, ich weiß auch nicht, wie Alltag normalerweise performt. Also kann ich nicht sagen, ob wir besser oder schlechter sind. Wir schauen rein in den Pokal. Da hatten wir, glaube ich, als Viertelfinal-Gegner bereits... Nee, hatten wir nicht RB Salzburg, sondern Admir Avaka. Und ja, da haben wir halt im Elfmeterschießen verloren. Muss los. Und das hier ist die Mannschaft. Von den Entwicklungen kann man, glaube ich, relativ zufrieden sein. Euren bei einer 72, Slonina bei einer 68 und zu guter Letzt Rote bei einer 66. Es haben uns aber auch einige Spieler verlassen, zum Beispiel Gaudino, weil er wahrscheinlich nicht gespielt hat, obwohl er eigentlich Stammspieler war. Naja, so viel dazu. Ich meine, wir müssen Alltag jetzt nicht unbedingt sofort verlassen. Aber man kann ja mal einen Blick in die Jobangebote werfen. Aha. Bessere Vereine in Österreich. Aha. Sturmgraz, Lars Glintz oder Rapid Wien. Üff, Bruder, Rapid Wien hat mies Kohle, Digga. Wir gehen zu Rapid Wien. Auf geht's, ab geht's. Jawohl, Junge. Sehr geehrter Herr Miroslav, wer kennt's nicht? Trainerstelle bei Rapid Wien. Nehmen wir dankend an und haben damit auf jeden Fall einen viel besseren Kader und viel, viel mehr Budget zur Verfügung, um hier in Österreich auf jeden Fall noch was zu reißen. Aber ich glaube auch, das ist schon ein relativ verdienter Wechsel, wenn ich mal so überlege. Ich glaube, Alltag ist normalerweise schlechter als das, was wir erreicht haben. Und Rapid Wien war jetzt auch nicht so gut in der Meisterschaftsrunde. Ich glaube, die waren Letzter. Ja, damit simulieren wir jetzt also zum Ende der ersten Saison. Ich bin gespannt. Jetzt also schon direkt der Wechsel zu Rapid Wien, wie es laufen wird. Ich hoffe mal nicht, dass der Kader, den ich gleich übernehmen werde, einfach nur ein Trümmerhaufen ist oder so. Na dann schauen wir mal, was noch so übrig geblieben ist. Wir haben unter anderem Yusuf Demir. Das ist stabil. 74er Gesamtstärke. Hofmann in der Endverteidigung. 71 auch nicht schlecht. Ansonsten halt, ja, wir haben nicht mal eine Reserve. Ey, warum haben wir nicht mal eine Reserve? Och Mann. Ja, das war es komplett. Ich darf auf jeden Fall keinen Spieler gefühlt verkaufen. Und wir brauchen definitiv ein paar Neuzugänge. Ah, rechts, Mittelfeld als Linksverteidiger. Perfekt. Ah, Linksverteidiger als Rechtsverteidiger. Das wird ja immer besser. Ich habe unseren Spieler auserkoren, den ich vielleicht jetzt über diese gesamte Coach to Glory quasi mitnehmen werde. Zu jeglichen Vereins, zu denen ich mit Lose wechseln werde. Luca Oyen ist es geworden. 72er Gesamtstärke. Linker Flügel brauchen wir, glaube ich, so oder so. Passt ganz gut rein. Wir zahlen 4 Millionen und Arase. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Obendrauf noch im Tausch ist ein Flügelspieler. So viel kann ich sagen. Und damit machen wir den Deal perfekt. Also ich weiß ja nicht, was bei Rapid Wien hier vorher abging. Aber Marco Grö, einer unserer besten Spieler, Flügelspieler, wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Also wollte ihn nicht. Wir haben ihn jetzt um ein einziges Jahr verlängert. Wahnsinn. Einen neuen Stürmer braucht es. Da wären wir wieder mal beim BVB, finde ich. Ein weiteres Top-Talent, welches wir verpflichten, welches Miro Klose verpflichtet. Nämlich in dem Fall Yusuf Amokoko, der jetzt hier zu Rapid Wien kommt. Für die Torhüterposition, da brauchen wir auch ein saftiges Upgrade. Und dieses heißt Martin Wandewort. Wieder mal vom KRC Gang. Da trifft er auch auf einen alten Kollegen, nämlich Luca Oyen. Ein Positionswechsel, auf den ich gespannt bin. Thorsten Schick, der hat Werte wie ein zentraler Mittelfeldspieler, wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Ist aber eigentlich rechts Mittelfeld. Ich ändere die Position und, ja, perfekt. Es hat einfach nichts gewartet. Läuft. Ach ja, weil das ja mit Grill so hervorragend geklappt hat, dachte ich mir jetzt einfach, okay, verkaufen wir ihn für 7,1 Millionen und jetzt haben wir eben noch über 10 Millionen Euro Transferbudget. Von dem Geld holen wir jetzt also unter anderem noch Andi Palmon von OGC Nizza für die Innenverteidigung und zahlen da 5 Millionen Euro. Und zu guter Letzt ist also noch Johann Lepenon von KN oder Caen, wie auch immer, französisch, muy, muy, schlecht. Ja, wir holen den guten Mann, um im Mittelfeld vor allen Dingen auch noch ein bisschen für Konkurrenzkampf zu sorgen. Da kann er aber theoretisch auch schon direkt Stammspieler sein. Das wird sich eben zeigen, wer sich da besser entwickelt. Damit haben wir jetzt also insgesamt 5 Spieler hier bei Rapid Wien neu verpflichtet. Damit steht die Mannschaft jetzt also. 3 Spieler nur in der Reserve allgemein. Bank und Reserve sind echt zu vergessen. Aber da kann man halt leider nichts machen. Da haben die Vorgänger wohl super gute Arbeit bei den Vertragsverlängerungen und Co. geleistet. Wir spielen die gleiche Formation wie bei Alltag zuvor. Bleiben uns also treu. Euren Moukoko Demir vorne im Sturm. Demir, sorry an der Stelle. Schick, Lepenon und, äh, den französischen Namen. Ich hasse es. Hauptsache ich hole aber trotzdem noch einen weiteren mit Palmon hier für die Innenverteidigung und Van de Wart im Tor. Also ich glaube mal abgesehen von der Rechtsverteidigerposition, wo auch halt ein Linksverteidiger spielt, sind wir echt gut aufgestellt. Damit ist also auch hier erstmal wieder alles getan. Wir springen jetzt also mal wieder rein in die Kalendersimulation. Wir haben unser Geld wirklich komplett ausgegeben, aber haben die Mannschaft, die ganze Truppe jetzt auch komplett vor dem ersten Spieltag. Besser wird es gar nicht. Das heißt, wir simulieren jetzt also wieder mal zum Ende der Saison und sehen uns also im Mai oder Juni, wie auch immer, 2023. Bruder, warum läuft denn schon wieder vom Hälfte des Kalters der Vertrag aus? Damit ist die Saison vorbei. Juni 2023. Es lief viel, viel besser natürlich als mit Alltag. Wir haben eine viel, viel bessere Mannschaft, viel, viel mehr Budget. Aber mal gucken, was wir oder ob wir letztendlich was geholt haben. Leider, leider Gottes nicht, Freunde. Wir sind Dritter geworden in der Meisterschaftsrunde. Das tut irgendwo schon ein bisschen weh, weil wir, glaube ich, bis dahin in der regulären Saison Zweiter waren und nur drei Punkte hinter RB Salzburg. Aber dann in der Meisterschaftsrunde haben wir völlig verkackt. Komplett Tordifferenz bei 0. 13 Punkte hinter Lars Glintz, die sogar vor RB Salzburg Meister werden. Also das hätte eigentlich unser Jahr sein müssen. Muss man ganz ehrlich einfach sagen, wie es ist. Wir haben verkackt. Und drauf waren wir dann sogar im österreichischen Pokalfinal und dann wieder gegen Lars Glintz 3 zu 0 zu verlieren. Oh, Junge, das tut so im Herzen weh. Davor Salzburg besiegt und Admir Avaka und dann Lars Glintz, Digga. Als ob sich so eine Mannschaft, schaut euch das Ganze an. Euren bei einer 76. Mokoko genauso. Demi hat sich auch mal wieder geschrafft. Pell Moor bei einer 77. Wandewort, unser bester Spieler mit 78. So eine Mannschaft, die gewinnt einfach nicht in Österreich. Der absolute Wahnsinn. Also vor allem nicht den Pokal gegen Lars Glintz. Also ich verstehe hier gar nichts mehr. Ey Leute, eigentlich hätte ich schon Bock, eine weitere Saison mit Rapid Wien zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich bei den Jobangeboten gesehen, dass wir da echt geile Vereine haben. Nämlich Ajax Amsterdam oder zum Beispiel auch Feyenoord Rotterdam, PSB Eindhoven. Also das sind schon echt geile Optionen. Und ich glaube, ich würde auch tatsächlich nicht Ajax nehmen wollen. Weil es wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach. Da würde ich mich wahrscheinlich für Eindhoven entscheiden. Da war ja auch unter anderem bis vor kurzem noch Uga Schmidt, deutscher Trainer. Deutsche Spieler sind am Start. Mario Götze und Co. Also wollen wir Ajax mal ein bisschen attackieren, würde ich sagen. Und da haben wir jetzt also Trainerstelle bei PSB Eindhoven. 17.000 die Woche ist, glaube ich, ein bisschen weniger sogar, als wir bei Rapid Wien verdienen. Soll mich aber nicht interessieren, weil das Upgrade von Rapid Wien zu Eindhoven und von österreichischer Liga zur Eredevise. Das ist schon wirklich massiv. Und dementsprechend machen wir es also perfekt. Und Miroslav Klose wird neuer Trainer bei PSB Eindhoven. Interessanter Kader, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ah ja, perfekt. Spieler wie Götze und Co. sind weg. Und dafür ist der Kader auch mal wieder übelst klein. Geil. Freut mich mega. Besser wird's nicht. Budget sieht aber echt ordentlich aus. Über 40 Millionen Euro. Und die werden jetzt natürlich sowas von den Neuzugängen reingesteckt. Mal gucken, was wir da alles an Land ziehen können. Natürlich darf auch nicht ein Spieler fehlen, den wir von unserem Ex-Verein mitnehmen. Miro Klose nimmt in diesem Fall Martin Wandewort mit. Wir brauchen einen neuen Torwart. Und in dem Fall tauschen wir Drommel, der bisherige Keeper von Eindhoven ein. Der hat ne 76, Wandewort 78 und nochmal 1200 Millionen obendrauf. Unser neuer Stürmer ist gefunden und das wird fair Ninho von Villareal. Der Vertrag läuft aus. Wir zahlen 18 Millionen Euro. 22 ist der Marktwert. Also schon ein guter Deal für uns. Ja, und das ist doch erstmal alles, was wir leider Gottes machen können. Wandewort also im Tor. Ninho vorne im Sturm. Madiuk oder Madueke, wie auch immer ausgesprochen wird. Und Gagpo, das sind so meine beiden Buddies hier vorne, die uns auf jeden Fall so ein bisschen im Rucksack tragen müssen. Weil der Rest der Mannschaft halt doch schon ein bisschen beachtlich schlechter ist. Aber gut, mein Plan ist ja persönlich auch eh zwei, drei Jahre hier bei Eindhoven zu bleiben. Richtig die Ehre-Devisie zu übernehmen und da auch mal Meister zu werden. Deswegen halb so wild. Die Mannschaft wird sich entwickeln. Wir werden auch mehr Budget haben. Auch mal einen Spieler für fett Geld verkaufen. Damit jetzt also rein in den Kalender, in die Simulation. Ich sehe, wir spielen Champions League. Richtig nice. Oder sind das... Ne, das sind Quali-Spiele. Och, Quali-Spiele. Oh nein. Aber gut, wie das ausgegangen ist. Ob wir uns für die Champions League qualifiziert haben, am Ende nun in die Europa League gerutscht sind. Und vieles mehr, das erfahren wir diesmal zur Hälfte der Saison im Januar 2014. Wir sind angekommen zur Hälfte der Saison im Januar 2024. Und ich glaube zumindest, zumindest habe ich schon ein leichtes Gefühl, dass es relativ gut lief insgesamt. Ah, ja, perfekt. Ich dachte eigentlich, wir sind absolut Erster. Aber nee, so bin ich. Wir sind Zweiter. Alkmaar aktuell punktgleich mit uns Erster. 42 an der Zahl. Ajax auf der 3 mit 36 Punkten. Daneben dann der Oranje-Becca. Da sind wir auch in der Runde 2 rausgeflogen. Gegen die Tessa Arnheim. Und zu guter Letzt, wir haben leider nicht die Champions League Quali gepackt. Direkt gegen Anderlecht verkackt. Jetzt aber, gut, Bayern in der Vorrunde sieht man auch nicht alle Tage. Wir sind aber Gruppenerster geworden gegen Brügge und die anderen 2 Farmer da. Die einen klingen eben schon fast wie Farmer. Farmer-Li-Kao oder Farmer-Li-Ciao. Da schauen wir dann also, wer unser 8. Final-Gegner wird und daneben die Mannschaft. Und die sieht folgendermaßen aus. Richtig wild. Gagpo Weiner 87, Madweke 86. Die tragen den ganzen Verein hier schon auf jeden Fall im Rucksack. Ansonsten Wandelwort auch auf eine 81 sehr stark. Und ja, Fährmann auf eine 83. Rest der Gesamtstärken seht ihr ja. Nun wird es aber Zeit für die Rückrunde, für die Simulation. Wir gehen also weiter und schauen, wie es in der Europa League, aber natürlich auch vor allen Dingen in der Niederländischen Liga läuft. Üff, letzter Spieltag ist vorbei gegen den FC Utrecht. Wir sind angekommen Mai 2024 zum Ende der dritten Saison mittlerweile beim dritten Verein und wir sind entlassen. Ey, Digga, das gibt es doch nicht. Ey, Digga, dieser Karriere-Modus. Oh mein Gott, es ist so nervig. Wir sind Meister geworden und werden trotzdem entlassen. Nachdem wir Meister geworden sind, ich check gar nichts mehr. Wirklich nicht. Dieser Karriere-Modus ist so zum Kotzen manchmal. Und zum Glück, muss man auch sagen, gibt es die Cheat Engine, das Manager-Rating von 99. Sollte jetzt, glaube ich, aber nichts irgendwie daran ändern an den Trainerangeboten, die wir bekommen oder so. Nehme ich mal zumindest an, weil ansonsten hätte ich jetzt auch eine Stunde, 40 Minuten oder wie lange ich jetzt auch schon aufnehme, einfach in die Tonne werfen können. Jetzt aber nochmal Kalendersimulationen, nochmal jetzt zum Ende der Saison. So, also auf eine leutes Mal. Ende der dritten Saison, Juni 2024. Dieses Mal habe ich sogar gar nicht geguckt, wie es lief. Es lief aber sogar ein bisschen besser als, ja, davor. Okay, wir hatten weniger Punkte oder haben jetzt weniger Punkte. Davor hatten wir 81, jetzt 79. Aber trotz alledem ist es schon mal die Meisterschaft hier in den Niederlanden. Daneben natürlich nur noch interessant, die Europa League. Da sind wir, denke ich mal, wieder irgendwo Viertelfinale. Ja, so sieht es aus. Rausgeflogen gegen Arsenal, 5 zu 1, auf die Fresse gekriegt. Aber da waren auch noch wilde Mannschaften drin. Und zu guter Letzt natürlich noch der Blick auf die Mannschaft. Wanderwort auf eine 82. Madueke 87. Gagpo 88. Wermann bleibt bei seiner 83. Der Sechser hier hat sich aber auch, glaube ich, plus 3 entwickelt. Auch definitiv stabil. Und ansonsten schauen wir dann mal für die kommende Saison, was wir hier an der Mannschaft noch ändern können. Oder ich schaue vielleicht für die nächste Saison wieder mal in die Jobangebote. Das muss ich noch gucken. Üff, Digga. Wir könnten halt einfach in die Premier League. Und das auch zu richtig guten Vereinen. Also, wenn wir ja jetzt schon die Gelegenheit haben, dann nehmen wir es auch, glaube ich, einfach mal in Kauf. Und wir wechseln also in die Premier League. Und ich habe mir auch schon mal einen Verein rausgesucht. Ich gucke gerade natürlich immer nebenbei, wie die Mannschaften so ungefähr aussehen. Und ich habe mich entschieden für den FC Everton. Fünfter geworden in der vergangenen Saison. Eine wilde Mannschaft. Die haben Bellingham. Die haben Skamaka von Sassuolo aktuell spielt. Der Ndombele. Ich bin gespannt. Wir gehen da einfach mal rein. Ich habe richtig Bock. Und da haben wir jetzt also Trainerstelle beim FC Everton. Wir kriegen eine leichte Gehaltserhöhung. 146.000 Euro pro Woche für Miroslav Klose. Jetzt also beim FC Everton. Die könnten so ein Rebuild ja so oder so relativ gut vertragen, nachdem sie ja in echt in der vergangenen Saison eher um den Abstieg gespielt haben und sogar fast abgestiegen wären. Ich hoffe mal, dass man bei Everton oder allgemein in England wenigstens versteht, wie dieses Verträge verlängern Ding funktioniert. Ja, das ist eine ordentliche Truppe, würde ich mal meinen. Also klar, auch hier wieder der Kader ist in der Breite jetzt nicht so souverän. Aber trotzdem, wenn ich mir das so angucke, Luis Felipe, okay, der Torhüter ist kacker, aber da haben wir LaFont. Wir haben Henrichs, okay, der ist jetzt auch nicht so das wahre. Ndombele ist halt, wie gesagt, stabil. Bellingham in der 85, auch alles andere als schlecht. Skamaka hier vorne im Sturm, auch wirklich gut. Mikulenko, den der Ansehan, echt verpflichtet. Und ansonsten schauen wir mal, was so geht. Miro Klose und der FC Everton jetzt also. Ach ja, und ein Budget von 170 Millionen Euro. Geil, Alter, ich freue mich. Jetzt können wir mal richtig shoppen gehen. Die ersten zwei Deals unter Dach und Fach gebracht. Aaron Ramsdale kommt vom FC Arsenal. Wir tauschen LaFont ein Zahn 10 Millionen obendrauf. Und daneben auch Rodrigo für 58 Millionen von Manchester United. Ein Transfer, auf den ich mich ultra freue. Brahim Dias, den wir hier von Real Madrid holen. Der Vertrag lief aus. Wir haben auch noch Campagna. Das ist ein 32-jähriger zentraler Mittelfeldspieler aus Spanien. Da noch mit reingetauscht. 40 Millionen obendrauf. Und Brahim Dias gehört uns. Der nächste Deal unter Dach und Fach gebracht. Leone Bailey kommt für den linken Flügel. Ist ja geplant hier von Aston Villa. Eine Tauschgeschäfte folgt als nächstes. Mikulenko geht zu Tottenham. Und dafür kriegen wir Ryan Sassanion von den Spurs. Und auch für die Rechtsverteidigung ein Tauschtier. Henrichs wird eingetauscht. Wir holen dafür Tariq Lemtay, den wir hier von Brighton also verpflichten. Ich glaube, was sind es? 10, 15 Millionen, also noch obendrauf. Und Henrichs. Und dafür also Tariq Lemtay jetzt also bei uns. Insgesamt jetzt also sieben Transfers getätigt. Ne, es sind sechs. Ja, Matheking ist da. Ja, wie alt ist John bitte? Er sieht einfach aus wie zwölf. No, no front oder so. Ich meine, ich sehe wahrscheinlich auch aus wie zwölf. Aber, Digga. Digga. Oh, Bailey, Junge. Plus zwei hochgegangen. Nur weil wir ihn vom rechten Mittelfeld auf den linken Flügel jetzt gepackt haben. Und damit steht die Mannschaft. Ich bin super, super zufrieden. Das war eine richtig, richtig geile und vor allem spaßige Transferphase. Also wir haben jetzt also Dyer hier noch in der Innenverteidigung. Und das ist so der einzige, der mich vielleicht so ein bisschen stört. Ansonsten aber super viel Talent, super viel Potenzial. Eine Mannschaft, die vielleicht auch mehr als den fünften Platz der letzten Saison erreichen kann. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin heiß und hype, Freunde. Jetzt starten wir also rein in den Kalender, in die Simulation. Und sehen uns also erstmal zur Hälfte der Saison wieder. Wir spielen ja auch unter anderem Europa League. Da mal gucken, wie es läuft und so weiter und so weiter. Damit jetzt also auf zum 2. Januar 2025. Januar 2025. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir gewinnen gegen Chelsea, wir gewinnen gegen City, gegen Arsenal. Aber dann verlieren wir gegen Watford, gegen Wolves und Leicester. Und hast du nicht gesehen, Junge. Was ist das denn? Ja, hammermäßig, Digga. Elfter Tabellenplatz. 30 Punkte. Die Premier League ausgeglichen wie noch nie zuvor. Alles ist eigentlich prinzipiell noch offen. Der dritte ist nur 10 Punkte von uns entfernt. Aber wir brauchen echt eine mega Rückrunde. Der Assistenztrainer hält es doch einfach scheinbar nicht für nötig, Endombele einzusetzen. Ich weiß nicht, wen du stattdessen einsetzt. Es sieht so aus, als wäre es Dele Alli, den ich dann scheinbar aus dem Kader rauskicken muss. Weil, ne, das kann es ja nicht sein. Normal verlieren wir dann, wenn Dele Alli den Achter macht. Ja, hier, komm, direkt erstes Angebot annehmen, haust du rein. Somit wird jetzt also weiter simuliert. Ich bin gespannt, was sich also noch so tun kann in der Rückrunde. Ob wir vielleicht überhaupt einen Europa League Platz erreichen. Das werden wir jetzt herausfinden. Juni 2025. Juni 2025. Ich kann euch zumindest so viel sagen, es lief besser als die Hinrunde. Ich kann euch aber nicht sagen, ob es am Ende für den internationalen Platz oder Sonstiges gereicht hat. Schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, es lief zwar besser, aber wahrscheinlich war der Schaden der Hinrunde einfach ein bisschen zu groß. Wir haben auch in der Rückrunde natürlich das ein oder andere Spiel verloren oder unentschieden gespielt. Und somit ist es also leider Gottes der achte Tabellenplatz. Nur der erste ist sogar nur 13 Punkte von uns entfernt. Also es ist eine super ausgeglichene Liga gewesen. Gerade die Top 8, Top 9, Top 10 kann man quasi sagen. Aber das heißt, nächste Saison keine Europa League, keine Champions League, kein internationales Game, sondern einfach nur Premier League und alles, was so zur englischen Liga und Pokale und Hasse nicht gesehen dazu gehört. Ach ja, Thema Pokale. Im FA Cup glaube ich relativ früh geflogen. In einer der ersten Runden geflogen. Ja, hier Runde 4 gegen Oxford. Carabao Cup lief da nicht besser. Runde 3 gegen Watford. Und zu guter Letztie Europa League, da sind wir sogar bis ins Halbfinale gekommen. Neapel, da war dann aber leider Schluss. Im Finale dann Villarreal 2 zu 1 der Sieger über Napoli. Und das hier ist also die Mannschaft. Nach dieser ersten Saison mit dem FC Everton, Lem Tay hat sich richtig geil entwickelt. Bailey auch finde ich mega stark auf eine 87. Scamma Cup ist ja enttäuschend, nur auf eine 85. Also plus 1 eigentlich nur. Rodrigo auf die 88. Bellingham 87. Rest der Gesamtstärken könnt ihr ja selber sehen. Da müssen wir auf alle Fälle, aber in der nächsten Saison, ich verspreche mich schon so schnell, wie ich rede, da müssen wir auf alle Fälle in der nächsten Saison aber noch das ein oder andere Upgrade hier in die Mannschaft bringen. Kein internationales Geschäft, bedeutet natürlich auch, dass wir kein dickes Geld zur Verfügung haben. Sind halt nur, in Anführungszeichen, 100 Millionen. Verstärkung Nummer 1. Nuri kommt für die Linksverteidigerposition von den Wolves. Wir tauschen auch nach Sassignon ein, zahlen 23 Millionen, auf die Wolves bestanden hat. Auf deren Tod haben die darauf bestanden. Zahlen wir noch oben drauf und verpflichten also den jungen Franzosen. Und nun auch natürlich unser lang gewünschter und lang ersehnter Innenverteidiger Edmond Tabsoba kommt von Inter Mailand hier in dem Fall zu den Toffees von Klose. Ich versuche es euch, Leute, mit den Wolves zu verhandeln. Ist echt so unspaßig. Und damit machen wir aber den Deal perfekt. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Mateusz Nunes oder Nunez kommt von ja nicht Sporting. Da spielt er eigentlich normalerweise mal hier in dem Fall von den Wolves, die mal wieder ein ganz, ganz unangenehmer Fahndungspartner waren. Damit jetzt also drei neue Spieler am Start. Tabsoba in der Innenverteidigung, Nuri hier in der Linksverteidigung und Nunez oder Nunez neben Bellingham und Brahim im zentralen Mittelfeld. Damit ist jetzt also Miro ready. Die Mannschaft ready. Ich bin ready. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch ready, denn wir springen jetzt also mal wieder in die Kalendersimulation. Dieses Mal direkt zum Ende der Saison. Wir haben keinen Wettbewerb, den wir uns irgendwie zur Hälfte der Saison anschauen müssen, wo wir in der Gruppenphase sind, weil wir ja nicht international spielen. Kuss geht raus. Da haben wir also auf zum Juni 2026. Na dann wollen wir mal. Juni 2026, das Ende der mittlerweile fünften Saison. Ist es die fünfte Saison? Ja, es ist die fünfte Saison. Wir sind angekommen. Und das gefällt mir ja mal richtig gut. Die Vizemeisterschaft ist es also am Ende dieser Premier League Saison. Neun Punkte hinter Manchester City. Kannst du leider nichts machen, aber gegen West Ham, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal und Co. durchgesetzt. Das ist eine richtig feine Sache. Und daneben hat Klose sogar seinen ersten Titel als Trainer gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht in diesem Video hier, nämlich den Carabao Cup in England. Klar, ist jetzt nicht die Premier League oder die Champions League, aber es ist der erste Titel. Ach ja, und wir waren tatsächlich irgendwie in der Conference League, aber ja, standardmäßig läuft es für gute Mannschaften in solchen Wettbewerben nicht gut und wir verlieren gegen unseren Ex-Klub Rapid Wien. Ich meine, klar, die Rapid Wien-Mannschaft haben wir so ein bisschen geupgradet, aber ich glaube, so gut wie diese Truppe hier mit 90er-Ratings von Rodrigo und Bailey mittlerweile, ist die Mannschaft dann wahrscheinlich nicht, aber so ist es halt. Gehen wir aber jetzt erstmal auf in die sechste Saison beziehungsweise die dritte mit dem FC Everton. Für diese Saison kommen lediglich zwei Spieler, für die Innenverteidigung nämlich Joschko Guardiol hier aus der Karriere von Hoffenheim und daneben, Bruder, ich will deinen Namen nicht mal versuchen auszusprechen, ich nenne ihn einfach Chuck, Chuck kommt von Aston Villa, das ist ein super Megatalent, viel Potenzial, wird wahrscheinlich jetzt in diesem Sommer in echt zu Dortmund wechseln, bin ich auch mal gespannt, was der Junge macht, vielleicht der nächste Sancho, wir werden es sehen, aber hier in dem Fall holen wir ihn. Damit steht jetzt also weiterhin die Mannschaft. Nun wird es aber auch Zeit für Kalendersimulationen, dieses Mal also auch wieder mit Champions League, Dreifachbelastung und Co. Ich bin sehr gespannt auf zum Januar 2027. Ach ja Leute, Januar 2027, ich glaube die Dreifachbelastung hat uns nicht gut getan. Wir sind mal wieder auf unserem glorreichen achten Platz in der Liga, der dritte City, letztjähriger Meister ist gerade auch mal auch nur fünf Punkte vor uns und Leicester übernimmt dieses Jahr einfach alles. Wichtiger Blick natürlich auf die UEFA Champions League, unser achte Final gegen Aspier Monte, a.k.a. Juve, wir sind ganz klar Gruppenerster geworden. Das hier ist die Mannschaft, ziemlich wild, würde ich einfach mal behaupten. Jetzt auch Skamaka bei 90, Brahim 89, Bellingham genauso und Nunes auch. Ach ja, und Ramsdale nicht zu vergessen, die beiden Flüge sind einfach unsere besten Spieler, aber es geht ab. Die Hoffnung liegt jetzt also in einer richtig guten Rückrunde, aber gut, wir haben alles erlebt gefühlt hier schon in dieser Coach to Glory, deswegen schauen wir einfach mal wie es wird. Juni 2027, auf zum Ende der sechsten Saison. Ich bin vor allem auf die Champions League gespannt, entweder wir kommen halt relativ weit oder ja, Piermonte ist schon unser Abschluss. 2-3, wichtig, Junge, wichtig, aber jetzt Rückspiel, das werden wir dann verlieren. So wie ich unser Glück kenne, werden wir das verlieren. Komm, gib mir die Niederlage. Ah, nein, der gibt mir keine Niederlage, oh mein Gott. Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Ich bin gespannt. Sevilla, ey, die kann man schlagen. Ey, die muss man schlagen. Ey, die kann man und muss man schlagen. Liverpool, das war es, glaube ich, komplett. 3-0 auswärts gewonnen. Bitte was? Wir sind einfach im Finale. Wir sind einfach im Champions League Finale. Junge, was? Bitte was? Real Madrid ist der Gegner. Muss ich nur aufpassen hier, dass ich jetzt bloß nicht zu weit simuliere. Ja, in der Liga verlieren wir gegen Liverpool. Da ist mir egal. Können wir machen. Wenn wir jetzt aber keinen Champions League Platz haben, ist ein bisschen Krise. Aber jetzt erst mal zum CL-Finale gegen Real Madrid. Da vor der Blick auf die Liga und wir sind einfach nur Zipter geworden. Autsch, 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 Autsch. Der dritte ist drei Punkte von uns entfernt. Autsch, 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 Autsch. Habe ich schon Autsch gesagt? Ja, es tut ziemlich doll weh. Dafür haben wir den FA Cup gewonnen. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Karbau Cup ist ins Viertelfinale gekommen. Da konnten wir leider nicht einen zweiten Sieg in zwei Jahren feiern und zu guter Letzt die Champions League, ihr habt es ja schon gesehen, Halbfinale ganz knapp gegen Liverpool gewonnen. Viertelfinale auch 5-3 gegen Sevilla, nicht mit Ruhm bekleckert und zu guter Letzt davor auch 5-3 gegen Piemonte. Och ne, Rodrigo ist verletzt fürs Finale. Ja gut, könnte schon schlimmer aussehen. Wir haben auf alle Fälle nicht die besten Karten. Heimspiel für Real Madrid, die Mannschaft von denen auch alles andere als verkehrt mit Barella, Valverde, Vinicius natürlich, Campagna ist auch am Start, der noch von uns kommt. Chlocek, ja Bremer, Bremer wie auch immer, Bastoni, also es ist schon echt eine stabile Truppe. Ja, und auch noch Heimspiel für Real Madrid. Also eigentlich alle Karten gegen uns, aber wir gehen rein in die Schnellsimulation, hoffen einfach mal aufs Beste. Wir stehen auch nicht ohne Grund im Champions League Finale und gewinnen dieses also auch mit 2-0 gegen Real Madrid. Und der Kollege, der statt Rodrigo spielt, hat einfach mal das 1-0 gemacht. Bester Mann, was soll ich sagen? Ja, und damit sind wir irgendwo schon noch so ein bisschen auf dem Fußball. Olymp kann man sagen, der zweite Titel für Miro Klose, jetzt also schon der Henkelpott. Gut Leute, ich glaube, ich würde mal behaupten, dass wir jetzt hier mit dem Champions League Sieg irgendwo, wie schon gerade eben erwähnt, ein Olymp erreicht haben. Und klar, es wäre natürlich auch noch schön, mehr Titel zu gewinnen. Aber ich habe zumindest so das Gefühl, ich bin auch Trainer des Monats geworden. Klar, die Liga war eine Katastrophe, dass wir aber irgendwo am Ende dieses Videos angekommen sind. Das ist quasi auch so ein erster Testlauf, kann man sagen. Wie ihr das Ganze findet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst den Video und Daumen noch rum. Wenn ihr eben solche Art von Videos feiert, wo wir so eine Karriere-Simulation machen, aber eben mit einem Trainer und den richtig erfolgreich machen wollen, bis zum Champions League Sieg, Premier League Sieg, Bundesliga, Meisterschaften, Titel und so weiter und so weiter. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen. Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und das sollte an der Stelle tatsächlich gewesen sein, vom heutigen Video von der Coach to Glory mit Miro Safklose. Beim SCR Alltag begonnen, beim FC Everton und zwei Titeln, unter anderem die Champions League, enden wir das Ganze. Also, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.